seite nicht so gut wie sie sein sollten also bei mir das was 60 und was war das 70 und wir uns minus 2 oder sowas oder das ist komisch wo wir gerade bei kreuzzügen sind ich greife gerade akabar an aber es wurde irgendwie in tel aviv verloren er ist auch die nachrichten von den italienern ja das stand gerade zu wenig ist aber in arbeit ich sollte italiener nichts alleine machen muss auch panzer von mir mitschicken so tel aviv ist wieder unser wie du erklärst rumänien den krieg ich habe nicht gefragt was verloren ja die italiener haben verloren die brauchen also ewig zum regenerieren das ist nimmer feierlich na gut hättest du das gesagt hätte ich noch einheiten da gehabt hier ich bin relativ sicher dass die ungarn und bulgaren da unten so schwach sind die nicht wir werden da was abfangen hast du die griechen nicht mehr auch griechen habe ich noch ja und du willst es nicht machen wegen annektieren ne späße glaube naja ich werde so ein bisserl pseudodruck machen nur auf unwichtigere provinzen das scheiß das buch ist gleich unten müssen muss man ja auch egal ich will bloß ein stück vom kuchen ab haben will auch was haben halt mit diesen blöden tech teams aber was heißt du willst auch was haben schon mal die karte an durch das meiste hier gerade ja also eigentlich zitiert platz an der sonne jetzt was von afrika haben ich kann das was will ich mit dem scheiß nichts dagegen kriegt du kriegst die sahara wenn du willst ich hätte noch zwei artillerie brigaden wird jemand haben ich kann die keiner truppe mehr zuweist so sind alle zugewiesen also und keine mehr übrig keine freien ja ich weiß gar nicht ob man die versenden kann verschenken kann ich fange mal ein bisschen an mit japanen zu handeln ist eigentlich echt nicht schlecht wenn die japanen da von der anderen seite etwas mitnehmen war bei der sowjetunion und beiden briten weil die gehen dann natürlich gleich auf indien so ja anscheinend ein marionetten stahl von den briten ich baue mein erster naturreaktor ich baue mein erster naturreaktor ich baue mein erster naturreaktor oh oh Alter, was ist denn da gerade los hier oben? Was meins? Schau mal auf die Karte, wie scheiß Partisanen da gerade sind. Wo? Überall. Was sagt die Unruhe? 5%? Holy Crap! Na, endlich! Ah, zur Belohnung, dass die Italiener da unten so viel gemacht haben, schicke ich es jetzt einmal quer durch die Wüste. Moment, ich muss kurz mein Headset einstecken. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 über barriere oder über barriere rechts neben amann ja genau bei mir steht da auch die provinz heißt auch ja alter fick dich doch mit dem scheiß partisan kacke da somit hier ein paar italiener ausleihen in die provinz ein reinstellen ja 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 ja